Da Du bist ja blind bei diesem Fleisch Du bist ja ungenauern wir doch Bei diesem Fleisch Da muss ich bestimmt raubt Da Da Ich weiß nicht 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 Du bist ja Jetzt müssen wir da noch nicht dran kommen. den irgendwie irgendwie mit diesem Reifen runterhauen ja, besser Greifen geht nicht ja, besser, besser, besser それ um an nun Und du weißt wieder nicht, ob es irgendwie an der Steuerung liegt. Oder du nicht die richtige Idee hast. Ich laufe jetzt einfach mal zu dem Licht. Das war immer eine gute Idee. Das Licht zeigt dir den Weg. Hier ist aber zu. Nicht wieder da runterfallen. Jetzt sind wir später weiter. Nehme ich mal an. Den ist er aber nicht. Da war ich doch gerade. Das ist so. Von da war ich doch gekommen. Von da war ich doch. Guck mal, das ist auch noch mal eine. Da ist er mich zu vier von. Also einer habe ich ja noch mindestens gesehen. Na, schau mal. Da, Fischer-Kopper. Wollen wir dem doch mal folgen. Keine Ahnung, warum die Musik jetzt bedrohlich fällt. Wir haben es schon aufgehört. Oh, was ist doch alles jetzt. What the fuck ist sowas? Das muss ein sehr wichtiges Licht sein. Ja genau. Das ist immer noch die Sache, dass ich hier nicht reinkomme. Irgendwann muss ich den Reifen da. Der hängt ja hier dran. Ich muss einfach mal gegenhämmern. Ich muss da irgendwas nehmen und dagegen werfen. Den Ball. Den Ball. Nein. Den Ball habe ich hier gefahren, ne? Okay, ich nehme also den Ball. Ich nehme den Ball. Stell dich da oben. Habe ich den Ball noch? Ja. Ah, dann wirft den Ball. Hüpp. Ich weiß ja wohl überhaupt nichts. Mit dem Ball. Ne, ich muss von der Seite werden. Ist doch ganz klar. Der rollt mir noch das weg. Er ist jetzt mal aufs Verwollen bei. Der rollt ja endlos. auch mal. Mache die Ball. Ich hab den Ball. Ich hab den Ball. Ich muss mich auch hier draufstellen. Nein, hier geblieben, hier geblieben, ich komm da nicht mehr durch, der Ball schon, ne? Komm mal, Ball! Vielleicht ist da auch die Idee überhaupt nicht richtig. Also, ich find ja, ich müsste von, am besten, von da oben werfen. Komm hier rauf? Ein höherer Kombi halt nicht, ne? Kann ich gar nicht so richtig weit werfen, ich schau das an, das war's dann. Ich lass ihn eher fallen, anstatt den zu werfen, das wird nix. Das wird irgendwie nix. Jetzt rollt er wieder zurück. Ah, da muss ich ja wirklich tropfen. Klammerweise, stehenderweise. Ich weiß nicht. Ich brauch was kleineres als den Ball. Der Ball ist vielleicht zu schwer, dann brauch ich nochmal so nen Buchstaben. Ich brauch dich mal so. Per Hand, ohne was dran zu werfen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaub es ist jetzt die letzte. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich weiß nicht, dass sie noch nicht mehr sind. Ich weiß nicht, dass sie viele sind. Ich hab ja keine Ahnung, wie viele das sein sollen. Ich weiß nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist toll, mal schön auf. Du kriegst ja vor deinem eigenen Schattenangst. Alter, das war nix mit dran werfen. Vielleicht kann ich das ja beschweren, dass das da bleibt. Wenn ich drauflaufe. Nehme ich das mit dem Schäufelchen und das Schäufelchen hingetragen. Das hab ich durch die Gänge geschmissen. Meine Idee, weil den Sand da reinfüllen, dann ist es schwerer. Aber wo ist das Schäufelchen jetzt? Ne, jetzt gibt es ja. Wenn der Sand drin wäre, wäre es vielleicht schwer genug, damit es nicht kippt. Ich weiß nicht, darf nicht. Ich bin mir sicher, ich hab das nicht über den Weg beworfen. Ich brauch das Schäufelchen noch gar nicht. Wenn es sichtig wäre, dann wäre jetzt hier ein neues, oder? So weit habe ich das bestimmt nicht weggeworfen. Ich schlaube das. Ich könnte es nicht auf dem Schäufelchen noch gar nicht verraten, so 1, 2 in 2. Ich würde es nicht auf dem Schäufelchen, weil wir den Sand und Düsseldorf haben, so was die Schuldigstärung, kann ich auch schon wissen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das wird dich lernen, das Zeug einfach so durch die Gegend zu schmeißen. Da geht es irgendwie weiter dann. Das muss doch den Turm. Wir müssen es hier erstmal außen rum wieder. Nach dem Motto, wo es Licht an ist, ist wichtig. Das ist Blinky Blinky. Da waren wir schon. Es sind aber noch zwei. Das eine ist der Ausgang. Der und das andere ist, da findest du nochmal. Das ist ja nochmal ein Spezielles. Das ist ja speziell. Können wir hier drauf? Das ist, weil hier die eine Figur noch war. Deswegen möchte ich das da. Das ist ja speziell. Das ist ja speziell. Das war's für heute. Da sind Schäublechen Ich hab jetzt das Ersatzschäublechen Ich hab jetzt die Schäublechen Auf die Seite Richtung des Turms In den Sandkasten Das ist ja auch nur ne Idee So Ich geh mit dem Schäublechen Und Schaubel damit an So Na gut Das kann ich im Griff packen So Oh Hier schaufeln Ach doch Ich hab gleich wieder rausgerutscht Äh Äh Was war das noch für ne Idee Ich hab das Spiel überschätzt Und zwar Ewig Ewig viel Ich hab das noch mal Ich hab das noch nicht Ja dann schaufeln wir da halt Sand rein In diese Diese leuchtenden Kuhlchen hier Ja So Schaufel die Schaufel Ähm Vielleicht steht die auch richtig Aber die Die Steuerung wieder total scheiße Ich weiß auch nicht Das kriegt doch nicht hingeschaufelt Das kriegt doch nicht hingeschaufelt Das kriegt doch nicht hingeschaufelt Das ist Ich hab das schon Ich hab die Sie bewegt sich ja gar nicht. Also. Ich denke, ich muss das Ding ja festbinden, warum muss ich das festbinden? Irgendwas damit machen? Weil das sieht auf der Seite ja gar nicht schlecht aus. Oder ich muss einfach krabbeln statt. Gar nicht so schlecht aus, dass ich da weiterkomme. Dann kann man vielleicht hier raufkrabbeln und da hinten rum. Teddy, gib mir mal ein Teddy. Jetzt hab ich den schlauen Teddy dabei. Teddy. Und ich klemm da was rein. Ich klemm mir jetzt hier noch rein. Das Ding jetzt hier so rein. Oh Gott. Ich stehe angesichts so. So. Das klemmt das da nämlich. Jetzt kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Das ist aber der Physikangelsinn. Egal. Wo, war auch klar. Was passiert? Das wird irgendwie aber ignoriert. Das wird irgendwie aber ignoriert. Damals. Alles klar. Wie kann ich die Wippe blockieren? Entweder mache ich hier einen Schwerenlass drauf. Ich habe die Wippe blockiert.